Sicher? Wir haben keinen einzigen davon. Ich guck nochmal das Inventar. Das Inventar ist leer. Shit. Das Zeug müssen wir uns wiederholen. Wie spät ist es jetzt? Es ist natürlich genau Nacht, ne? Mhm. Das Zeug muss uns auf jeden Fall wiederholen. Wir müssen, dass tagsüber da nicht allzu viel los ist. Das heißt, wir müssen erstmal abwarten. So ein verstrahltes Chameleon. Siehst du, jetzt hat es dich umgebracht. Ah. Das ist die Rache. Ja. Na gut, dann hier jetzt erstmal ruhig bleiben und dann... Kann man sich das überhaupt wieder nehmen? Ja. Das war auch bei unserem ersten Tod, dass wir den Stein da hatten. Welchen Stein? Äh, den Strahl, der dann... Ach so, ja. So, wir brauchen... Bekannt hat... Nein, stimmt, die hat hier alle drauf gebraucht. Dann brauchen wir den Stein... Ach, stimmt. Die Sachen sind jetzt alle hinten her. Ja, können wir erstmal gar nicht scripten. Ja. Komm, heißt die Tür zu? Ja. Ja. Wir können jetzt erstmal nur abwarten. Ja. Ja, aber... Ja, das heißt, das sollte ja wirklich nicht all zu viel los sein. Ich würde sagen, wir holen jetzt nur noch das Zeug da raus und dann machen wir erstmal... Ich hoffe auch, dass ich überhaupt so viele Festplatten... Äh, Festplatten, Speicherplatten frei habe. Von der Aufnahme. Ich hoffe es wirklich. Ja, ich bin auch langsam kaputt. Wir können jetzt auf jeden Fall zwölf neue Gegenstände flippen. Aber ich wusste doch, dass da noch irgendwas kommt. Ich hab's überhaupt nicht drauf geachtet. Viele, viele neue Gegenstände. Weil sie haben keine Kleidung bekommen. Ja. Also Rüstung. Kann man anziehen, ob es ein Kleidung ist. Was ist das? Eine Matte. Ja, die brauchen wir nicht. Ist ihnen immer so ein Regal. Achso, ich habe eben das gesehen. Hier zum zähmen. Damit können wir Tiere zähmen. Dann brauchen wir die Materialien hier. Stein, Gelbe Blumen und Stonward. Das machen wir jetzt alles, ja? Eistreppen. Also das machen wir definitiv jetzt noch. Ich will noch dieses Tiere ziehen, bevor wir ins Bett gehen. Weil ich will dieses Musikding-Ding haben. Ich bin schon tot müde, aber ich will es noch haben. Erst müssen wir warten, um unsere Sachen zurück zu machen. Was war das denn gerade? Aus dem Fenster hier? Noch zur Seite? Noch? Was ist das denn? Oder unsere Fackel? Das ist die Fackel. Ich will nicht im Sieg geben. Ja. Und draußen dann umbringen. Hallo? Irgendwie ist draußen nicht los. Doch. Und eben in der Höhle waren drei davon. Fünf. Eben ernst, ganz schön? Das Chamäleon. Zwei mit diesen vielen Augen. Und zwei von den Dingern. Auf denen wir auch keine Chance haben. Nee. Ein verstrattetes Chamäleon. So blau leuchtend. Na gut, jetzt muss erstmal warten. Aber wir ziehen gleich so einen Alien-Ding hier. Ja, machen wir. Und setzen den Hut auf, damit wir erkennen welches uns das ist. Ja, da kennt ihr noch überhaupt diese Glocke um. Und nen Hut. Ja. Wie nennen wir es? Ich weiß nicht. Das können wir dann hier entscheiden. Wir müssen erstmal dazu kommen. Wir müssen es uns genau angucken und wissen, also uns überlegen nach was er aussieht. Ja. Männchen, Weibchen... Ja. Männchen, Weibchen... Ja. Müssen wir den passenden Namen verwenden. Geschredderte Blätter. Das sind vier. Das können wir auch schon fast machen. Haben wir noch irgendwas von den Sachen hier? Nein. Haben wir nicht. Auch die Holzstücke. So. Sie auch. Ja. Blätter. Doch, vielleicht können wir das sogar machen. Doch, vielleicht können wir das sogar machen. Aber geht die Zeit zumindest ein bisschen schneller. Ja. Ja. Nein, die Blätter sind nicht betrocknet. Ja. Das müssen wir nur Geschredder finden. Das machen wir auch mit unserem... Kräftigen. Das muss alles sein. Blätter, das und das. Oder fehlt dann noch was? Ja. Das fehlt noch die Option. Das fehlt noch die Option. Oder vielleicht kann man es ja machen. Ich weiß immer noch nicht. Dass man sich hier auch Rezepte nebenlegen kann. Und gucken kann, dass man jemals zweimal wechseln muss. Hier ist es doch. Ja. So und so. Ist das nicht. Stein könnte schwierig werden. Wozu? Der macht den Boden weg und bohrt auf. Ja, wollte ich gerade sagen. Ja. Noch ein Boden Ding weg. Ja, wollte ich gerade sagen. Ja, wollte ich gerade sagen. Wenn man dieses Zielrecht auf das reinkommt, das wäre ganz, ganz traurig. Ja. Und dann eine Holzplatte wieder da drüben. Ja. Dann haben wir schon mal einen Keller vorher gehört. So, das müsste erstmal reichen. Habe ich die überhaupt noch? So. Du hast doch gerade eine weggenommen. Also musst du mindestens eine auch schon haben. Das war jetzt der Fußboden. Der sieht jetzt anders aus. Fällt das auch? Ein bisschen. Oh Gott, ich habe einen Fußboden auf den Fußboden gesetzt. War das das? Das ist Dreck. Da. Das hier ist es. Ich dachte auch, dass ich den Fußboden auf den Boden gesetzt habe. Naja. Wenn wir Wände auf dem Boden haben. Demnächst verlege ich auch unser Laminat an die Wände und streiche unseren Fußboden. Warum nicht? So Stein haben wir jetzt erstmal. Mhm. So, wir brauchen... Gras troppeln und diese Stein Dinge. Ach, das reichen ja dafür. Und Gras troppeln. Waren es geschwittert oder troppeln? Schwittert lief es fast, oder? Mhm. Ich brauche, dass vier Stück dafür reichen. Mach vorsicht, selber auch noch getrocknet. Gibt es denn die Trifung in dieser Schwelle? Gibt es denn die Trifung in dieser Schwelle? Gibt es? Ja. Das wird langsam hell, glaube ich. Wir sind doch schon weg. Und wir machen jetzt erstmal das Bett hier. Genau. Wir craften uns jetzt ein gemütliches, mehr oder weniger gemütliches Bettchen. Ja, das ist es doch schon. Wo du zuletzt drauf warst, ist da auch schon... Sehr schön. Wir haben ein Bett. Das ist natürlich richtig nice. Das Bett erstmal hier. Ja. Aber ich würde sagen, dass hier drunter neben die Tür und das Bett dann hier in die Wand, oder? Ja. Was war das? So, dann... Was hörst du da? Ich packe die Königsbiene weg. Mit dem Teleporter hier rein. Mit dem Teleporter hier rein. Dann einladen wir aus, wenn der direkt hier neben der Tür ist. So, und dann... Unser Bett direkt unter eine Fackel. Ja. Was würdest du dich denn da machen? Die Location ist schon... Da holt ihr eigentlich nicht hin. Oder? Das geht so. Nein, du musst es hier. So, erstmal stehen. Ich hätte es ja gerne schon weiter drüben, aber ich weiß nicht genau wie das funktioniert. Jetzt müssen wir erstmal wieder unsere Sachen wiederholen. Ich sehe den Streifen gerade nicht weiß, in welche Richtung das war. Links. Die Pflanze. Links. Links. Ja, das ist der heilige Strahl. Nicht der heilige Graz, sondern der heilige Strahl. Weißt du, ich sag die ganze Zeit links und du rennst trotzdem einfach rechts. Guck mal was da ist. Du, nein. Du hast das noch nicht fertig gemacht. Dieses Tierzähmding. Was ist jetzt, wenn wir so ein süßes Teil finden und du es nicht sehen kannst? So wie das, was da glaube ich gerade fliegt, wenn es nicht eine Ziege ist? Ich wollte eigentlich die Schweineplatte machen. Nein. Wie geht's jetzt sehen dann? Da oben ist wieder ein Huhn, oder? Nein. Da ist das glaube ich, oder ist das ein Huhn? Das sieht aus. Zum Huhn. Hier ist mal der Kampf nach hier oben. Du kannst hier das mal falsch. Wie bin ich denn vorhin da direkt runtergekommen? Es. Was? Da. Ne, das wäre ich nicht. Das ist ein doofer. Da. Wissen wir reinkommen durch die Hölle hier? Ja. Was? Die hier? Ja. Das stimmt. Die sind da unten drin zu verkehrt. Ich bin, dass hier alles gut ist. Mach dich der Weg, das so doof ist. Ich seh doof aus. Unsere geliebten Sachen. Wir haben hier noch unsere Gegenstände. Ich vergesse die Tätiges. Irgendwann. Was? Ich hab dir jetzt schon wieder. Oh, du heiligscheiße. War da noch was hinter uns? Nein. Das ist doch. Doch. Heiligscheiße. Warum? Warum? Los, 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 los. Teleportier dich der Weg. Geht nicht. Das bricht denn ab? Okay, es wird hinter dir drin. Ich kann, die soll ich heilen. Scheiße, ich sterb doch schon wieder. Wie komme ich jetzt raus? Ich finde den Weg nicht. Missis da wo das Flie ist. Da oben, da nach oben. Ich heisse immer so hektische Heilbilder. Ich bin gleich schon wieder weg. Ich heisse, wenn ich so hektisch bin. Was scheiße. Rin weg, drin dahinter. Oh, dahinter. Da sterb ich doch auch, das ist dunkel. Und jetzt da hoch. Da, da. Wo? Dann da hoch. Scheiße. Also die Sachen holen uns sofort weg dann. Also die Sachen holen uns dann sofort weg. Sag ich doch. Und wenn du nächstes Mal deinen Pfeil suchst, da ist auch so ein Tropenkopf dann, der dich dahin führt. Ja. Nein. Heile dich vorher. Das war so, wie wir es hier verloren haben. Wir können Heiltränke auch wieder ganz kurz brauchen. Ja. Wie kommt es, dass die jetzt schon da sind beim letzten Mal dann? Oder sie kommen vielleicht auch wegen den Gegenständen, dass das so ein bisschen so gewollt ist. Ähm, rechts, rechts, rechts. Was war das gerade? Rechts! Was denn? Da ist gerade was riesengroßes gekommen. Wie? Wie sieht es aus wie so ein Mond, äh, wie so ein Ding. Keine Ahnung, was das war. Ich hatte gerade noch Angst, das hat sich so ein Tag zu bekommen. Na, weil da ist es nicht mehr drin. Ich dachte, ich will gar nicht befreundet zu spielen. Ich will nicht mehr in die Höhle rein eigentlich. Ich bin erst mal ein bisschen fuhriert von Ruhe, weil wir müssen das tun. Und dann noch ziehen wir Tiere? Ja. Schwierig, glaube ich. Warum spielst du jetzt so, dass man dich sieht? Falls einer eingreift. Du kannst ja anders nicht kämen. Vorsichtig. Bau, Bau. Ach nee. Vorsichtig erstmal runter. Da, da. Lecker. Wo läuft das? Eine Bombe? Eine Bombe haben wir doch. Ja. Das ist ein Hühnchen. Das ist aber da unten. War's das jetzt? Mehr passiert nicht? War's das jetzt? Ähm, ich weiß nicht. Ja. Ich weiß nicht, wenn du runter gehst. Jetzt langsam und vorsichtig. Ja, aber oben alles ist korrekt. Ja, aber ich finde den Weg gar nicht mehr, wenn ich glaube, der zu hektisch wird. Ich glaube, das ist wirklich nicht zu stark für uns, oder? Mhm. Klar, wir haben erstmal die zweite Dings von dem Schwert. Oder so. Zweite Stufe. Ja. Und noch nicht so wirklich die beste Rüstung, oder so. Warte, 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 warte. Drehen, 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 drehen. Okay. Okay, gut, das ist ein Stein. Nein! Da kommst du doch hoch. Gut. So, jetzt vorsichtig. Langsam. Ich sitze jetzt eigentlich eben schon weit. Und raus. Raus, Schuss. Scheiße, ich komme in der Schuss. Schuss. Ich bin da hingeblieben. Ja, du bist so schon weggen geblieben. Scheiße, geh doch da hoch jetzt. Scheiße, da fängt es wieder an. Wie komme ich jetzt raus? Hier, warte bitte. Hier rüber, hier rüber, hier rüber. Der Stein ist im Weg. So, ich nehme da jetzt hoch. Ja, genau, dann raus. Ich auch. Bis dann. Tschüss. Wir haben jetzt alles wieder in Stand. Wie ging es hier raus? Ja. Und jetzt fangen wir an, hier zu... Genau. Also was angenehmeres. Genau. Was Süßes. Teleportieren. So, alle Sachen sind noch da, ne? Ja. Auch das abgeerntete Zeug. Mhm. Teleportieren. Haben wir jetzt eigentlich alle Crafting-Material dafür, frage ich mich. Weiß ich nicht. Dann müssen wir noch ein bisschen was besorgen. Ich möchte nämlich jetzt ein Haustier. Der braucht noch Gelbblumen. Okay, ich weiß wo die sind. Ähm, da wo wir letztens waren. Warte mal, können wir irgendwelche Pilo gehen? Warte mal, können wir irgendwelche Pilo gehen? Ja. 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 Ja.